Achso, Hauptplatz. Äh... Oh, ne, warte. Da sind sie ja. Nullö, das täuscht. Das will das Sinn sein. Ah, Mist. Oh. 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 So mag ich meine Gegner. Vernichtet. Ah, und die nächsten. There's just no end to these guys! Zephyr! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er ist schuldig genug, er dann machte den Fehler, zu denken, dass er es könnte. Gehe, Danans, und schreibe dieses Edict in Ihre Säden. Such fool's right to life in Ciclodia werden soll fürfeiert werden. Jetzt, Embedded. Du solltest gut hören. Bevor meine finalen Verdict, bin ich bereit, dass ich Ihnen eine unbezügliche Chance auf Merse geben werde. Wo sind deine Kameraden? Geh sie, bevor sie sich umsetzen, und ich werde dir dein Leben sparen. Das wäre bonito. Der Zeit, ich habe. Wenn du so großartig verletzt bist, um für deine Anliezen zu kämpfen, dann werde ich sehen, dass du das tun. Well, feeling the urge to tell everyone yet? Just what do you want me to say? First, tell the people about the mistakes you made. Dann, die woher von deinen Freunden sind. Fehler, oder? Wo beginnen? Ich habe so viele in meinem Leben gemacht, dass ich mich verloren habe. All mein Leben, ich habe zu kämpfen. Aber ich weiß nichts, als Verlust. Ich war so caught up in the struggle to survive in this world, dass ich mich verloren habe. Ich habe so viele gute Freunde verloren. Ich habe sogar meine Frau und mein Sohn. Ich werde nie können diese Fehler machen. Nicht nur ein einziges. Es klingt mir wie das größte Fehler in deinem Leben war nie zu lernen, wenn du gebeten bist. Ein guter Mann sagte mir, wenn ich diese Kampf um, muss ich einen Preis geben. Aber er war richtig. After all, the very people and things I was fighting to protect the most were payment. I don't regret keeping up the fight for a second. But still, not a single day goes by when I do not think about what I have lost. Not telling others how much they truly meant to me before it was too late. That is your answer. That's the greatest mistake of my life. Do yourselves a favor and never become like me. Don't continue to make the same mistakes until it's too late to fix them. Ask yourself what it is you couldn't bear to lose. What do you want to protect with all of your might? Then hold on and never let go! That's quite enough. Listen to that voice deep inside of you. Together, no wall can hold you back. And the same goes for the ones, the Lord made you build inside your own hearts! You're still hanging in there, Dad? You saved me. Damn you. I've been such an idiot. My son, I need to... Now's not exactly the best time to catch up. And there's still a Lord in need of beating. Yeah, you're right about that. So you're the son, are you? I have a very bad feeling about this thing. I thought I'd ordered for you to be relieved of your duties until all this was over. I'll see to it the person at fault is reprimanded appropriately. What? Oh well, you've served your purpose more excellently than anyone could have hoped. Zephyr! Zephyr! If it isn't the infamous Alphen of Calaglia. And he's joined by his fellow conspirators, the likes of Traitor and Adanan Witch. They're not conspirators. They're friends. And they're not alone. Zephyr! 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 Oh, Menick! You're finally made it! Your reign is over right now. You hear me, gannabelt? Zephyr! 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 Oh. I was hoping to drag this out a little longer. Aber das ist ein MasterCorp. Was? Nein, dad! Also, MasterCorp reagieren zu uns, ich sehe. Wie interessant. Du kannst du den Akt. Es ist vorbei. All diese Zeit? Es war wirklich du? Alle Sekunden. Du stehst vor dem Lord von Ciclodia, Ganabelt Valkyris, in der Körper. Du meinst, ein Renan-Lord hat die Danan-Resistenz leidet? Du bist nicht derjenige in der Art von Deception, du kennst. A mere side-vokation, in meinem eigenen Fall. Aber es ist genug für die Blazing-Sword-Kalaglia zu meiner Tür. Me? All das war nur zu kommen? Alpen! Zephyr ist... Dad! Dad! Das ist ein speziell Wunsch. Ordentliche Arzt-Kalaglia-Kalaglia-Kalaglia-Kalaglia-Kalaglia-Kalaglia-Kalaglia-Kalaglia-Kalaglia-Klaus-Klaus-Klaus-Klaus-Klaus-Klaus-Klaus-Klaus-Klaus Hehehehe. I wouldn't fret about it, friends. You'll all be dead soon enough. That's the wonder of mercy. Don't even think of an escaping dissident. We need to hurry. Otherwise he'll... We're not getting out of here without a fight. No! No! Alpen? Fire-tottering Alpen! Ignore! I'm Astro-Energy! Take this! Yuck! It's over! Stand to the wind! Über-Limit! Indem du Schaden erleitest und perfekte Ausweichmanöver ausführst, kommst du für eine bestimmte Zeit ins Über-Limit. Währenddessen kosten Arz keine AL und werden nicht von gegnerischen Angriffen unterbrochen. Aber pass auf, denn auch deine Gegner können ins Über-Limit kommen. Natürlich! Mystisches Arz! Halte während des Über-Limits und nach einem A-Treffer zwei der folgenden Tasten gedrückt, um das mächtige mystische A deines Charakters zu aktivieren. Y, X und A. Sobald du es eingesetzt hast, ändert das Über-Limit deines Charakters. Locked and loaded! Here you are! You're finished! Coming through! Ha! Now! Scarlet Inferno! Whoa! Nice! You're finished! You're on! Fire! It's over! Lightning! Here I come! Ah! Here I come! Abort! Und tschüss! So! Viel zu deinen Schergen! Dad! They got us out! And all while we're on the defensive! Dad! Dad, come on! Stay with me! Hm. All this trouble to buy yourself a few extra seconds before you die! You bastard! Hm. They fled. They'll be back, though. Draw up a welcome party. We'll be ready when they return. Ein Rückzug für Zephyr. Mal gucken. Ich hoffe, wir können ihn retten. Aber damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich. D- Did we lose them? Looks like it for now. Come on. Even if we lose them, they'll be after us soon enough. Besides, we have Zephyr to worry about. The sooner we get back to the safe house, the better. Zephyr. Zephyr. Let's get to the safe house, quick. Okay. Achso. Eher das unten nehme ich an. Äh... Hallo? okay nein so nicht okay weiter okay habe ich die ständig übersehen okay das war eindeutig würde ich sagen ach so wir sind herunten oh gott deswegen komme ich nicht rein ich hätte eigentlich nur dem stern folgen brauchen wenn ihr etwas zu erledigen habt dann rein mit euch aber schnell ich will nicht beobachtet werden dann nix wie rein mit uns okay please open your eyes i'm sorry i can't stop the poison's advance thank you zephyr the struggles in your hands now are you there my son yeah i'm here i'm here dad please just oh i can't see you are you there oh 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 listen i've always oh dad this can't be no it can't we never i didn't and now he's gone i had a feeling we might have a rat among us but to be medic of all people so so what do we do now so what do we do now i'm going law that bastard ganabelt will pay you have to know that ganabelt will be expecting us this is all an obvious trap i don't give a damn if it is there's no way i'm letting that bastard get away with this that's right you know ganabelt mess with the wrong people you can't just weren't you the one who said you wanted to take on the lords or would you rather go back to calaglia i won't allow you to put words in my mouth all i'm saying is we shouldn't rush things i don't need any of you coming along i don't need any of you coming along the score's mind to settle i'm not the only one who wants to avenge zephyr's death he's right besides if we don't take him on right now we may never get another opportunity if you're going that means you're going to need the blazing sword if we do this we can't afford to make any mistakes are you really sure you can ask us again after we've defeated the lord please allow me to help you as well think of it as an apology for getting you into this whole mess it's the least i can do feel free to use anything in here you might need aren't you worried about getting ambushed impossible i built this hideout with my own two hands medic no ganabelt doesn't know it exists then let's go time to avenge zephyr and free the realm people for the freedom you are now friends i didn't have to say laws talent erwachen laws concentration increases when it's more on the level no one's coming back to me this increases his attack and elemental attack his attack will end up when it's coming back or at certain time no one's coming back i forgot to mention this before but any enemies we go up against with real hard defenses you just leave them to me hard defenses you mean like enemies with shields and things like that shield shells armor whatever when you attack those kinds of enemies from the front your blows mostly get blocked right sure so you're saying you have a counter it's nothing fancy let's just say i have a knack for busting open tough sturdy stuff it's hard to explain but i focus my energy and then hit a specific point with everything i've got if i do it right their defenses come crumbling down really nice but without astral arts how could you possibly if he says he can do it then he can do it we can trust him thanks alfin although between you and me right now there's nothing i want to bash in more than cannibald's stupid smug face i think you'll get your chance soon enough law und da bist du sicher nicht der einzige wer hätte sich ausmalen können dass meine kasten niemand anders als cannibald höchstpersönlich herausstellt das klingt völlig verrückt wir haben so viele ressourcen parat stehen wie nur möglich ich mache mir nur sorgen was mit den silberschwertern passiert es ist schwer zu glauben dass der mann der kalagia in die befreiung führte durch cannibald fiel wenn jemand wie er fallen kann welche chance zu gewinnen haben normale leute wie wir dann wir haben auch ein bisschen mit geholfen seffi entfachte ein neues feuer in dieser bewegung eine leidenschaft im kampf um die befreiung die wir fast vergessen hatten ich verspreche es wir werden diese flamme nie wieder ausgehen lassen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal wir wonen es dies wir 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.